So, hallo, ich bin der Andi. Brusthuber. Hallo, Brusthuber. Was kann ich Gutes für dich tun? Eine ganz normale Massage, bitte. Kein Stress. Und suche ich. Wir haben alle Zeit bereit. Ich mache jetzt mal eine Honig-Ingwer-Massage. Ohne Aufpreis. Die Inuit in Alaska, die machen das auch. Seit es dort Honig und Ingwer endlich zum Kaufen gibt. Das klingt interessant. Uiuiui. Ganz verspannt. Ganz im Kopf bist du. Ich will uns einmal entschuldige Musik auf. Unser Körper. Er sagt so viel über uns aus. Die ganze latente Aggression, die was doch die Gesellschaft in uns einsickert. Erinnert ihr mal dran, wie wir Kinder waren? Ja. Ein Kind kennt gar keine Aggression. Und wie alle Kinder waren, gab es kein Krieg. Entschuldige. Das kann passieren. So, okay. Wir haben keinen Stress. Was ist mit dir los? Was heißt? Die Datei kann nicht gelöscht werden. Ich will keine Datei löschen. Die Datei kann nicht gelöscht werden. Der Dateiname ist ungültig oder zu lang. Und dann geben sie eine andere Datei an. So. Und jetzt starten wir das Gräbeln heuch. I. Zock. Wir starten jetzt Neeeein! Der Treiber für die Maus wurde da installiert. Klicken Sie jetzt auf OK, um einen neuen Treiber herunterzudauen. Neeeein! Ich bin sicher kein Treiber worden! Sie haben die Position des Mauszeigers verändert. Starten Sie Windhoffs Neu, damit die Einnahmen wirksam werden. Du sagst mir sicher nicht, was ich tue! So. Ich gebe dir jetzt eine letzte Chance. Du spürst jetzt die Musik oder es passiert was ganz Schlimmes! Fehler 3,1,7,2 ist aufgedreht. Fehler 3,1,7,2 ist aufgedreht. Oh, 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 oh. Vielleicht wäre eine Ohrenkerzen... Kein Stress. Wir haben alle Zeit der Welt. Andi, DJ? Machen dich bitte. Ich massier gerade. Stress mich nicht. Ich komm gleich. Danke.